ich habe keine fackel mehr was kriegt schon los ich bin kein schaden warte mal ich habe connection lost ok hast du gesehen dass ich gelieft habe ich krieg hier kein schaden er war loading wie du kriegst kein schaden ja toll aber ich krieg wohl eventuell schaden und du jetzt mit fackeln du bist du ein witz wollte ich habe nur noch eine frage ich hätte das mehr fackel mitgenommen weil wir bekommen ich habe nicht viele gefunden das waren höchstens fünf oder sechs stück ist sicher verpisst euch doch mein gott so ein hobby raum boah du scheiß wichser dahinten so meine feile gebäude wieder von den missfichern meine feiler lernen also nicht die ganzen zombies und spinnen gehen mir echt gerade halt aber ja 400 blöcke noch jetzt habe ich schaden genommen mit einmal viel oder wenig ich hab also jetzt geklatscht aber es ging ja was heißt es ging so ungefahren hat halb immer nur so wenn den angaben machen ist bei dem tempel ich bin schon dran vorbei ja du mit deinen scheiß boots ey warum klaust du dich einfach fackeln von dem ding da weiß ich wo du hingelaufen bist ja hätte ich machen können das stimmt ja so ich bin bei 1042 82 727 ich sehe dich warte mal kurz hier auf dich jetzt müssen wir welche richtung 1000 da eine andere seite nein hier wo ich bin 1100 noch nein wir müssen da müssen wir lang ich weiß da wird es mehr du musst gucken dass auch die oberste wir sind da lang in die wo bist du sehe ich nicht mehr siehst du mich hier bin ich da da wird die oberste weniger da wird die oberste weniger da lang da lang müssen so keine fackel hast du noch eine fackel oh man fickt dich doch du scheiß slime da rufen so ab und setzen kann ja dann okay ich habe jetzt keine mehr hätte einen deiner still auch eine gekommen dass man zwar von uns zu setzen ja wie denn noch ich nehme einfach den brennenden zombie hier ja dann bleibt bei mir nämlich schaden ja die scheiße wird ich gebe mir dann auf eier meine fresse warum stirbst du nicht die blöde nutte dann lass mal weiter ja ich weiß nicht ich schade ja 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 warte mal ja war ich nicht weißt du hast hier was hättest du noch einen stick bei mir gehabt oh denn ernst hab ich grad gesehen na dann du bist halt weiter geht und dann müssen wir auch für 800 das ist größer als das andere da hinten ist das licht siehst du das auf dem boden hier waren wir vorher erinnerst du dich noch gut die wandelfeuer sagt nicht wir sind direkt hier gelandet doch aber wir müssen noch ein bisschen jetzt müssen wir runter wir müssen 1100 ein gebäude das ist das hier 1100 hier hatte mal genau ist ja noch 42 hin 40 ist genau hier drunter wir müssen vorsichtig beim untergehen sein ich weiß kann sie runter kommen ist noch ein paar ebenen runter ja vorsicht schacht nicht runter bauen nicht runter bauen wir müssen gucken wo wir da hinkommen wir da hinkommen ja hier hast man fackel eine setze ich komm mit klar hat doch gelitten da habe ich noch fackeln aber brauchen wir doch eh grad nicht tadaa 42 blöcke noch wir sind noch nicht ganz unten der typ hat doch langeweile äh ok bin muss ja mal zwischen ebenen gehen bin höhe 31 ach du scheiße ok kannst du noch einen runter ok bin jetzt höher 16 wir gehen doch gerade in welche richtung warum ich gehe richtig wäre der typ ne ähm ok wir müssen noch ein bisschen runter problem ist da unten ist ende ja ich weiß dass da unten ein Ende ist da kann nur der typ hat gelitten wenn ich jetzt hier runter falle müsste ich eigentlich leben lebe ja siehst du die meinen siehst du meinen namen oder plattform ja mir ist das auch seit egal ich gehe ins gebäude rein ich bin jetzt höhe 1 bin höhe 6 ok 142 da sind waren 120 mein gott ich habe keine fackeln mit irgendwie eine fackel oder so heißt es ist das da drunter ne das ist bei mir glaube ich drin ne ja wenn du aber dafür achten musst 142 dann gucken wir mal wo dann geht hier rein oh hier ist dieser cobblestone hier ist dieser cobblestone den wir brauchen ja hier können wir den mit dir ist dieser ultimative cobblestone moment ich brauche noch fackeln hast du eine fackel da müssen wir da müssen wir rein hast du eine fackel man sieht nichts das bringt überhaupt nichts okay gleich mal weil ich da sind ich gehe weg aber wir gehen trotzdem wir müssen hier noch lange weiter dann warum aber war das nicht wir sind noch 145 hier gehe ich doch gerade lang da ist es doch hier sag ich doch ja 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 ach du der typ der ist so ach meine güte hä 3 meter ist ja dumm und tschüss ich habe es bekommen aber aber es ist nicht abgeschlossen ich bin jetzt runtergefahren wegen ich bin jetzt dann sterbe ich meine also bei mir ging das ah jetzt okay danach kam die look okay danach kam das 2 aber ich habe gerade keinen platz zum was ist das zweite äh da musst du die wolle einsammeln du musst du musst den platz erst finden ne aber was habe ich gemacht gerade was oh neee nether portal across the ocean i can see a large nether portal und wo ist das da und bei dir ne keine ahnung hier waren da menschen nicht bei uns soll ich das andere dark kann ich das andere dark portal nutzen jetzt wieder ja ne und damit kommst du doch hier zur overworld dann kommen wir wieder zur overworld ne ja ja ok ja genau jetzt bin ich da so jetzt müssen wir krukeln ok das ist hier irgendwo 672 aber wir müssen jetzt mal zurück ich muss mit dem tabletz machen ja der wäre glaube ich sinnvoll ne und fackeln aber ja doch haben wir nicht weg wir haben ja nicht das problem dann wieder zurückzukommen weiß ich nicht wenn ich wieder zurückkomme ich keine ahnung ich weiß nicht welches dark dinge wir kriegen das dark ding was oben ist dann landen wir da unten und dann haben wir schon da oben ja ich kann nicht und dann landen wir wieder da ja jetzt erstmal legendary pack öffnen ja erstmal alles leer machen hier white stone hm keine ahnung was das bringt so Backpack Lern Lern Lass die ganze Werkzeuge reinpacken komm her mal was ist das denn für eine steam engine Asterling generator mal wieder mal wieder mal wieder alle back sind alles ist bei mir voll aber ich nehme auf jeden fall ein stack cobblestone mit sicher sicher mhm 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 das stimmt mhm mhm und ein stack torches und noch was zu essen wieder ich habe nämlich kein Futter mehr ok haben nur noch viel fleisch aber gut dass wir so viele Disketten überhaupt haben ja das ist gut ja jetzt wird es eh wieder ein bisschen zu gut obwohl es unten ist gar nicht so voll nö so was haben wir denn jetzt zu essen noch Karotten Kartoffeln Kartoffeln haben aber immer nicht so viel ne du kannst doch gleich unter die ich erkenne dauert aber ewig geht doch ich glaube ich ne paar Karotten mit ja ich kann meine braten das ist kein Problem ich hab ich hab Feuerschwert Feuersalamander macht Beine auseinander macht Beine weg dazu und und wirst du Deutsch Deutsch wir haben keine Kohle mehr Kohle noch so fackern noch packen pack das ist ein whitestone touch mein gott lader lader nein du wohnst pad notes necromantik ex lasso scheiß wolle klug 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 und eine schaufel ich weiß ich glaube die schaufel nehme ich auch mit wenn ich schon bekomme hier sonst eine verbrauchen exklus 1 erreicht das essen eigentlich ja sollte reichen mannilium oder kobold mannilium ja aber ich würde diese entwicklung also meine level ist mannilien besser aber diese eine dinge schon gut so jetzt sagst du wir kommen von dem ding wieder dahin von da jetzt haben wir das problem wir müssen eine bildung ok game mode game mode game mode game mode ich werde sterben wieso was passiert steckt fest steckt irgendwo in der wand fest kommt irgendwo in der wand raus keine ahnung ja das ist da wahrscheinlich loch gegraben haben wochen und da ja ja